He was accused of harassing a white woman. He was accused of sending her a letter, of giving her a letter. He was found not guilty in a court of law and then he was let out of the jail by the sheriff at the back of the jail where apparently a mob was waiting for him and they ended up not only lynching him but shooting at his body. I'm wurde vorgeworfen eine weiße frau belästigt zu haben, ihr einen brief gegeben zu haben. Vor Gericht wurde er für unschuldig befunden und wurde dann vom sheriff durch die Hintertür aus dem Gefängnis entlassen. Da hat anscheinend ein Mob auf ihn gewartet, der ihn dann nicht nur gelüncht hat, sondern auch noch auf seinen toten Körper geschossen hat. He left behind a widow. Her name was Cora. And he had one son, Thomas Miles Jr. And that one son was approximately six years old at the time of his murder. The people who murdered him thought they wiped him away. Little did they realize that he would continue living because his one son had 17 children and his one son has, I haven't counted, but let's just say at least 30, at least 30 grandchildren. So, you know, um, they didn't end him. They didn't end his line. They didn't end his life, um, his legacy. Er hinterließ eine Witwe namens Cora und einen Sohn, Thomas Miles Jr. Der war zum Zeitpunkt des Mordes ungefähr sechs. Die Leute, die ihn umgebracht haben, dachten, sie hätten ihn ausgelöscht. Die konnten nicht ahnen, dass er weiterleben würde, weil sein einer Sohn 17 Kinder hatte. Und dieser eine Sohn hat, ich habe nicht gezählt, aber mindestens 30 Enkelkinder. Also, die haben ihn nicht erledigt. Sie haben sein Leben, sein Vermächtnis nicht ausgelöscht.